einen wunderschönen guten morgen liebe zuschauerinnen und zuschauer oder auch liebe traderinnen und liebe trader an dieser stelle zu unseren täglich neuen handelsideen für heute den 18 juli hier bei tickmill ihrem broker für forex aktien indizes rohstoffe anleihen und kryptowährung mein name ist mike seidel und ich heiße sie herzlich willkommen zu den heutigen handelsideen und alle live zuschauer natürlich hier von mir auch wieder guten morgen ludger die einladung wenn sie fragen haben wenn sie einen wunschmarkt haben den wir hier einfach mal zusammen anschauen wollen dann scheuen sie sich nicht geben sie hier ruhig mal das kürzel ein oder wenn sie eine frage haben direkt im chat und dann können wir auch darauf eingehen so damit für die vorrede an dieser stelle genug wir schauen uns den risiko hinweis an der handel mit devisen und cfds auf margin kann zu verlusten führen sie riskieren ihr investiertes kapital zu verlieren das wäre das obligatorische bei jedem webinar das kennen sie ja und damit schauen wir mal auf die tagesnachrichten und dann im nächsten schritt natürlich auf die aktuellen handelsideen für heute mit ein paar blick in die charts was steht an terminen auf der agenda am vormittag um 11 uhr hier um 11 uhr in der eurozone das verbrauchervertrauen bzw der verbraucherpreisindex bitte entschuldigen das ist der verbraucherpreisindex den wir hier bekommen um 14 uhr 30 aus den usa steht das thema der baugenehmigungen auf dem plan 16 uhr wird der fettvorsitzende paul wieder eine rede halten und um 16 uhr 30 gibt es wie jede woche mittwoch die rohöl lager bestände gestern gab es ja die api bestände die sind leicht angestiegen mal schauen was wir hier haben wir haben ja hier eine prognose eine abnahme sie sehen sie an dieser stelle wir werden sehen was der markt hier bringt der öbreit hat ja die letzten tage auch deutlich nachgegeben es gibt um 11 uhr dann noch um den verbraucherpreisindex hier oben noch einige informationen dazu sie sehen es hier unten und dann war es das ganze schon für den vormittag am abend hier bei uns deutsche zeit um 20 uhr gibt es noch den konjunkturbericht aus den usa das bspuk darauf werde ich dann am freitag in unserem webinar einmal eingehen was das bspuk ist was drin steht was man draus lesen kann das sind ja wichtige dinge die wir händler immer wieder hier als nachrichten bekommen und ich finde es halt sehr sehr wichtig dass man nicht nur weiß da kommt jetzt das bspuk und fertig ist sondern man sollte auch wissen was dahinter steckt was so ein bspuk aussagt damit sie entsprechend hier auch die richtigen schlüsse ziehen können für ihr trading und aus diesem grund werde ich am donnerstag am freitag in unserem ausführlichen webinar das thema einmal etwas näher beleuchten so wie wir das in der letzten woche auch gemacht haben mit den daten um die was war es gewesen den arbeitsmarktbericht genau das waren die non farm payrolls gut und damit würde ich sagen gehen wir doch direkt in die charts hinein wir haben heute drei währungspaare in den charts wir haben den us dollar schweizer franken und den us dollar euro und den neuseeland dollar kann oder was ich für sie vorbereitet habe im tages chart natürlich wie immer auch zu sehen hier haben sie momentan noch mal den dow jones hier us 30 das kürzel entsprechend auch genannt und das ist echt total interessant wir hatten ja letzte woche auch darüber gesprochen wo wir gesagt hatten hier gab es entsprechend eine korrektur der letzten bewegung wenn das ganze sich in der stunde wieder rumdreht dann kann man das schön nach oben entsprechend auch traden über diese neu angefangene bewegung hier und sie können mal sehen wir schauen mal ganz kurz in die stunde hinein es es war einfach irre was hier passiert ist also wenn wir uns das ganze mal angucken wie wie gut das ganze auch funktioniert wenn man sich das hier einmal anschaut hier haben wir sozusagen den rückgang gehabt und dann sozusagen hier leicht den anstieg dann die aufwärts trend bildung und dann schob sich das ganze so stück für stück auch nach oben also man muss hinschauen und dann zur richtigen zeit zur stelle sein um hier nach oben auch entsprechend mit dabei zu sein bei diesen signalen also wenn die signale kommen sollte man bei sein und dann läuft das schon und dafür sind ja unsere handelsideen da dass wir zu den richtigen zeiten an die richtigen stellen auch hinschauen und damit gehen wir gleich in den us dollar schweizer franken hinein das ganze auch wieder im tageschart selbstverständlich und hier im tageschart ist eine situation ersichtlich wo wir hier vor ein paar tagen oben angestoßen sind das hatte ich ja hier berichtet hier oben gab es dieses verkaufssignal ich zoome den chart mal kurz etwas näher ran wir hatten hier das letzte hoch das letzte hoch dieser vorhergehenden starken bewegung sie sehen das war ja wahnsinn das war so hier oben der bereich um die 1,00579 dann gab es hier einen eine korrektur sehen sie auch schön den trend verlauf hier unten runter hier in diesem bereich dann wurde das ganze gebrochen jetzt hat sich hier ein aufwärts trend gebildet und der hatte wie schon gesagt das haben wir vor ein paar tagen gesprochen hier eine umkehr kerze jetzt hat eine gravestone candle hier in diesem bereich was häufig erst mal ein indiz dafür ist dass eine korrektur einsetzen könnte und sie sehen was hier passiert ist gestern und vorgestern also vor also hier sozusagen die letzten beiden handelstage da gab es die korrektur allerdings hat der markt gestern direkt wo er hier unten aufgesetzt hat auf der marke von 0,99273 entsprechend den hochpunkt den tiefpunkt gesehen und schön nach oben angestiegen und das ist ein zeichen dafür wenn sich solche stärke fortsetzt dass der markt auch anläuft diejenigen von ihnen die den blog eintrag heute morgen gelesen haben die waren schon etwas früher hier entsprechend dabei der markt hat hier entsprechend hoch notiert ist jetzt schon am ersten anlaufpunkt angekommen also es schaut hier auch tatsächlich so aus als wenn diese bewegung sehr sehr schön auch eingesetzt hat und sich jetzt hier fortsetzt wir haben das tages hoch hier rausgenommen vom 16.07 sind hier auf dem weg nach oben das nächste anlauf der nächste anlaufpunkt wäre dann erst mal hier dieses tages hoch vom 13.07 um die 1,00655 und danach geht das ganze hier nach oben hin weiter weil wir stehen dann hier auf einem langen zeithoch und danach kommt naja man sieht nicht genau wo es weitergeht aber wenn sich hier oben dann anschlusskäufer finden dann wäre das natürlich ein gutes zeichen dafür dass der markt entsprechend weiter steigt hier oben kannst du natürlich aber auch wieder zu einem kurs rücksetzer kommen also wir haben nach oben hin noch etwas luft das kann man sich dann in den kleineren zeiteinheiten auch sehr gut anschauen wie das ganze hier entsprechend verläuft die haben wir diesen entsprechenden abwärtstrend der es gebrochen worden jetzt läuft hier schön nach oben wir hatten hier eine schöne enge seitwärts range an dieser stelle auch gehabt und jetzt kommt es halt darauf an was der markt hier macht hier hatten sie so ganz eng aneinander laufende kurs und dann schub gab es diesen 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 bruch nach oben diesen diesen richtigen schub dorthin und das sind natürlich die dinge die hier sehr sehr interessant sind hier für diese trade art und weise und hier sehen wir diesen massiven schub auch nach oben das heißt wir haben wir die stunde direkt aufwärts gerichtet hier wird auch gar nicht viel korrigiert wenn wir uns das ganze mal in den fünf minuten anschauen wie flach diese korrektur verläufe auch sind da sehen sie mal was da für ein dampf dahinter ist und das ist jetzt natürlich interessant bleibt dieser schub erhalten oder nicht diejenigen von ihnen die auf korrektur warten und die warten jetzt erstmal was hier in diesem bereich passiert das heißt wir haben hier diesen diesen dieses tages hoch erreicht jetzt müssen wir mal sehen wie es hier weiter geht ob der markt erstmal ein stück weit korrigiert und wenn ja dann wäre das ja sehr sehr interessant das ganze hier entsprechend zu traden auf der oberseite es könnte natürlich auch sein dass der markt noch mal wieder ein bisschen durcharbeitet nach so einem starken schub und etwas tiefer korrigiert das muss man dann sehen was hier entsprechend gespielt wird also hier das ganze noch mal im tagesschart nach oben hin ist natürlich alles offen wenn der markt natürlich doch sagt okay das war es jetzt erstmal wir machen erstmal kleine pause der markt kann runter korrigieren nächster anlaufpunkt auf der unterseite wäre dann natürlich erstmal das tages hoch von heute bei um die 0,99 9,50 und dann haben wir relativ weit weg vom aktuellen hoch noch ein tagestief stehen bei 0,99 2,73 das wären also die anlaufpunkte auf der unterseite muss man sehen was wird momentan spielt der markt die oberseite an und dann bleibt es natürlich an der oberseite sehr sehr spannend was der markt macht schafft er es diesmal den ausbruch über diese marke oder dreht er wieder oben rum das warten wir als händler einfach ab und damit zum nächsten währungspaar ein sehr sehr bekanntes wo der markt sehr sehr schön drauf schaut und sie sehen was hier momentan wieder an power nach unten da ist wir hatten gerade gestern wieder das umkehrsignal so schnell kann man gar nicht gucken manchmal wie solche umkehrsignale entsprechend auch bestätigt werden ich zoome das mal kurz etwas größer wir hatten hier ja vor ein paar tagen schon mal ein umsatz umkehrsignal da hatten wir meines erachtens auch darüber gesprochen am 9.7 kam das danach ist der markt schön nach unten gelaufen hat dann etwas korrigiert jetzt kam hier gestern mit der ankündigung auch von paul dass die zinsen weiter steigen werden die nächste umkehr kerze hier und der markt schiebt jetzt hier einfach rigoros weiter nach unten nächster anlaufpunkt haben wir hier unten das tagestief bei 1 16 1 1 8 gefolgt von diesem tagestief hier bei 1 15 9 7 1 und dann haben wir hier noch das vom 29 6 das tagestief bei 1 15 5 6 0 bevor wir dann wieder hier unten in diesem bereich ankommen bei der marke um die 1 15 1 5 3 wo der markt jedes mal nach oben abgeprallt ist aber halt mit tieferen hochs geantwortet hat das ist halt interessant wie geht es jetzt hier weiter wenn wir uns mal das ganze hier anschauen wir haben halt hier wenn sie sich das mal anschauen wir haben halt fallende tiefs also die tiefs die hochs hier sind immer weiter nach unten das heißt die händler fangen immer häufiger an oder immer früher an zu verkaufen muss man mal sehen wie es wird wie dieses spiel sich hier weiter nach unten treibt wenn der druck von unten von oben nach unten zu groß wird bricht es irgendwann unten durch muss man einfach sehen was hier gespielt wird ansonsten also es ist ein 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 schlagabtausch den man hier hat also man kann jetzt nicht so genau sagen wie sich dieses ganze spiel auflösen wird aber im kurzfristigen bereich sieht man halt dass diese hochpunkte wenn die quasi erreicht werden und der markt dort anfängt zu verkaufen dass es da erst mal immer etwas dynamik nach unten gibt und das wäre halt jetzt hier sehr sehr interessant auch wenn man sich das ganze mal anschaut wenn der markt hier unten runter läuft ich nehme mal kurz diese linie hier oben rauf und zeichen ihnen mal ein worauf es mir ankommt schauen sie mal wir haben jetzt hier sozusagen eine eine bewegung nach unten gehabt das mache ich mal kurz in einer anderen farbe dass wir das besser sehen können mache ich mal in blau so dann haben wir hier entsprechend jetzt eine gegenbewegung gehabt und wenn hier tatsächlich der markt jetzt unter die 1.16 1.18 runter läuft dann haben wir hier untergeordnet wieder einen abwärtstrend der in richtung dieses übergeordneten abwärtstrends läuft das ist dann natürlich ein interessantes beispiel aber wie schon gesagt man muss hier was ich das ganze auch immer mehr verdichtet das heißt die schwankungsbreite zwischen diesen hochs und dem tief hier unten die wird entsprechend immer kleiner und das kann natürlich dafür sorgen dass hier die frequenz immer immer höher wird und da muss man einfach in den kleineren zeiteinheiten entsprechend arbeiten was hier ein gutes indiz dafür ist ist momentan noch die stunde heißt also wer sich hier die stunde anschaut aus den korrektoren der stunde heraus auch zu traden heißt halt hier schauen sie hier hat man den aufwärtstrend in der stunde der hier nach oben gelaufen ist bewegen korrektur bewegen korrektur hier hat man das alles gehabt hier schubst dann nach unten und das letzte tief drunter hier gab es noch mal eine korrektur hier ist jetzt der abwärtstrend in der stunde gebildet schon haben wir den trend aber auch hier oben in diesen dingen wenn man das hat diesen bruch hier entsprechend in diesen bereichen dann auch schon im kurzfristigen bereich vielleicht in den fünf minuten zu schauen wenn man wirklich so eine stange so eine starke stange nach unten das sind dann die interessanten ansatzpunkte wenn man hier nah dabei sitzt und den 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 chart wirklich gut beobachten kann im intraday trading sind das natürlich marken die sich wirklich hervorragend machen da sieht man halt hier die bewegung nach oben hin ist zu ende hier ist sie gebrochen worden ab dann war die stunde abwärts gerichtet und wenn man sich das ganze bild hier oben anschaut ich mache das mal eben kurz so wenn wir uns das mal in den fünf minuten anschauen hier an dieser stelle da haben wir natürlich die chance relativ frühzeitig schon rein zu gehen weil hier oben dieser aufwärtstrend in den fünf minuten gebrochen wurde und dann haben wir hier die schübe nach unten und dann kann man hier das ganze entsprechend auch nach unten mit traden aus den kleineren zeiteinheiten heraus also sie sehen wie diese zusammenspiele gut funktionieren und je nach markt nähe die man entsprechend hat kann man hier an diesen stellen entsprechend auch agieren und damit zum dritten währungspaar für heute und zwar den neuseeland dollar kann dollar den hole ich für sie auch gleich in den tageschart hinein das bild muss natürlich etwas größer werden ist hier eine ja marktsituation im chart die momentan mittendrin irgendwo steht das heißt das ergebnis des ganzen ist noch völlig offen wir hatten ja hier diese massive abwärts dynamik dann hier einen schönen schub nach oben der auch trendförmig verlaufen ist und dann gab es diesen brutalen abverkauf hier das war wahnsinn wie schnell das entsprechend nach unten ging das heißt wenn man das mal so als initiale aufwärtsbewegung sieht jetzt haben eine sehr sehr scharfe korrektur gehabt der markt hat entsprechend vor diesem tief rumgedreht das heißt wir haben ein höheres tief und jetzt kommt es hier an dieser stelle natürlich darauf an wie geht es im markt weiter jetzt stehen wir hier mittendrin zwischen diesem hoch bei 0 899 23 und diesen tief unten was wir hier haben als unterstützung bei 0 88 340 wir stehen hier mittendrin und sie sehen was ich hier eingekreuzt habe für sie bzw. eingezeichnet habe hier haben wir eine Bewegung wir haben eine korrektur und jetzt haben wir eine markt der wieder nach oben läuft und an dieser stelle wird sich der markt in irgendeiner art und weise entscheiden entweder es geht hier oben drüber über diese 0 899 23 dann bildet sich untergeordnet ein aufwärtstrend der dann sozusagen wieder in richtung dieser starken ersten initialen bewegen läuft und das gibt dann das potenzial hier über diese tageshoch bei 0 9 0 7 9 9 beziehungsweise 0 9 1 2 4 0 hier in diesen bereich oben rein zu laufen und dann natürlich einen aufwärtstrend im großen bild zu zeigen das heißt das wäre dann entsprechend das was wir hier sehen nach oben hin gerichtet ich mache das mal wieder in einer dickeren farbe dass das besser von der ablesbarkeit her ist haben wir dann die korrektur gehabt und dann hat jetzt der markt halt mit diesem aufwärtstrend wenn er sich dann bildet wirklich die chance hier oben drüber zu laufen und dann einen übergeordneten also in den großen hinein den aufwärtstrend zu schieben da ist sehr sehr viel potenzial da wenn es der markt dann schafft oben drüber zu laufen ansonsten natürlich der weg nach unten hier unten wenn wir hier drunter laufen unter den von mir markierten bereich das haben wir da haben wir die marke von ungefähr 0 88 7 3 1 dann bildet sich hier untergeordnet wieder ein abwärtstrend und wenn wir dann hier unten drunter fallen dann haben wir hier im großen bild auch einen nach unten laufenden markt das heißt das wäre dann die richtung entsprechend nach unten das heißt wir haben hier die zwei marken um die 0 88 7 3 9 beziehungsweise die 0 88 3 zu 1 nach unten hin als marke die man gerne hier im auge behalten kann das ganze natürlich auch immer noch mal für das kurzfristigere trading hier gesehen wir haben jetzt hier den massiven schub gestern in der beziehungsweise wann war das gewesen doch das war gestern genau gestern morgen diesen massiven schub nach oben seitdem trendet der markt hier nach unten ist also ein abwärtstrend den wir hier entsprechend auch haben der muss natürlich rumgedreht werden das heißt das szenario für diese grüne linie die wir hier oben im raum sehen das wird erst dann gespielt wenn wir hier einen aufwärtstrend entsprechend haben müssen wir mal sehen was kommt jetzt hat er ja hier unten rumgedreht bei 0 89 3 4 7 das war das tief was wir hier auch in der 2 uhr also das war glaube ich hier ist die stunde etwas weg wir müssen mal kurz auf die uhr gucken jetzt haben wir es 8 47 das ist die 9er stunde genau das der ist eine stunde voraus also das heißt das war definitiv heute nacht ungefähr um 1 uhr und danach hätten wir hier entsprechend den 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 bewegungsdrang nach oben wenn das tatsächlich so kommt dann wären wir hier in der situation dass wir hier aufwärtsbewegung korrektur und abwärtsbewegung haben das heißt das wäre dann mal der erste indiz dafür wenn er hier oben drüber läuft dass der markt wieder hoch möchte ansonsten setzt sich dieser abwärtsdrang entsprechend nach unten fort mit den zielmarken die wir hier entsprechend auch gesehen haben beziehungsweise im chart mit sehen das also zur handelsidee beim neuseeland dollar kann dollar ich sehe gerade ludger sie schreiben ob ich etwas zum dax sagen kann nächster widerstand haben sie geschrieben liegt bei 12.764 und dann das offene gap natürlich wir gucken uns den dax gerne mal an ich schalte gleich mal um in die marktübersicht und dann gucken wir uns den dax hier an der dax hat ja gestern sehr sehr schön reagiert auf die ankündigung mit den zinsen hat er geschoben und untergeordnet einen aufwärtstrend gebildet wir hatten das thema sie sehen es hier entsprechend hier sind noch die zeichnungen vom freitag mit drin vom freitag letzte woche wenn wir hier oben über diese 12.640 punkte marke steigen setzt sich entsprechend hier auf alle fälle erstmal der untergeordnete stundentrend fort und wir haben halt die tatsache dass wir auf tagesbasis auch wieder einen aufwärtstrend haben ich mache das mal kurz etwas größer für sie schauen sie hier haben wir bewegung korrektur bewegen das heißt wir haben es hier untergeordnet eine nach oben laufenden trend und das ist natürlich interessant und schön entsprechend auch zu sehen ich sehe gerade der dita ist auch mit hier einen schönen guten morgen an sie freue mich dass hier live auch dabei sind am heutigen morgen und die letzten minuten hier im live webinar auch anschauen es geht hier gerade darum den dax mal zu analysieren also was haben wir hier wir haben entsprechend nach oben hin wie sie gesagt haben der nächste widerstand also was haben wir hier in dem chart drinnen ich zum das mal ganz kurz etwas kleiner was jetzt hier entsprechend interessant ist ist erst mal dieser breite bereich wir haben hier oben vor uns liegen zwei tages hochs um die marke von 12.770 punkten das werden erst mal nächste anlaufpunkt ich nehme mal kurz diese linie raus dass man das ein bisschen besser sehen kann also das werden auf alle fälle wenn der markt hier weiter sich positiv entwickeln sollte wären das hier oben drüben die nächsten entsprechenden anlaufpunkte die wir hier im markt auch haben auf der oberseite das heißt wir haben hier auch schon mal einen bereich der so von oben getestet wurde wo der markt dann hier wieder abgetreten also dieser bereich hat schon etwas von interesse für den händler das hatte ich ja hier entsprechend auch markiert das heißt hier oben sollten wir erst mal drüber kommen damit wir dann entsprechend weg schieben können und den markt nach oben hin weiter sehen nach oben die weiteren anlaufpunkte sind dann natürlich hier wir sehen es die tages hochs die wir hier haben um die bereiche von 12.863 und dann hier oben 13.076 das sind auch die dinge die wir im stundenschart auch sehen das sind die trendverläufe die wir in der untergeordneten zeiteinheit entsprechend auch sehen schauen sie hier das sind die marken hier da 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 und hier oben das sind die entsprechenden anlaufpunkte das ist auch das was wir hier im tageschart sehen an ludger kurz eine frage sie sagten hier etwas mit einem offenen gap ich kann jetzt hier in dem chart bei ticken will das gap entsprechend nicht erkennen ich weiß jetzt nicht genau wo sie diese marke hier her gezogen haben wenn sie mögen schreiben sie ruhig kurz noch mal was dazu aber wir haben jetzt hier um eine kleine vorausschau nach oben entsprechend zu machen halt jetzt das potenzial offen dass der markt halt mittelfristig hier oben rein läuft wenn das ganze natürlich entsprechend auch positiv bleibt das bild hier untergeordnet wir haben jetzt einen aufwärtstrend und wenn man diesen trend mal als trendgeber nutzt dann sind halt das auf der oberseite entsprechend die nächsten anlaufpunkte sicherlich ist das hier oben auch noch ein stück weit weg das ist schon viel viel weg was das ist und solche starken kerzen wie gestern sieht man halt auch nicht jeden tag und der markt ist halt momentan auch sehr sehr sensibel auf politische nachrichten oder auch nachrichten seitens der zentralbanken also sie sehen ja wie schnell da die ein oder die andere richtung angeschlagen werden kann diese bewegung hier steht jetzt auch weit in ihrer bewegung ist also weit fortgeschritten heißt also sozusagen hier auf der seite könnte es auch mal eine kurze korrektur geben wir werden sehen wir hatten ja am us markt schön stangen nach oben gesehen wenn wir uns das ganze hier mal anschauen da lief der markt wirklich einige tage sehr sehr gut nach oben das ganze könnte natürlich hier im dax auch passieren wir werden sehen ludger sie schreiben die oberkante liegt bei circa 12.818 punkten das heißt das wäre jetzt für sie hier oben in diesem bereich in etwa also das sind die punkte die wir hier im chart sehen heißt also vom prinzip wirklich der anlaufpunkt hier oben über diese tageshochs das ist das nahe potenzial was wir haben das heißt steigt der markt hier oben drüber dann haben wir gut und gerne auch die chance relativ zügig hier in diese tageshochs reinzulaufen danach kommt erstmal eine ganze weile nichts und da muss man wirklich sehen ob der markt hier die dynamik hat kurzfristig das ist jetzt für das kurzfristige trading ob der markt tatsächlich die dynamik hat direkt weiter zu laufen oder für den kurzfristigen trader erstmal etwas durchzuatmen um dann entsprechend nach oben zu laufen da hilft manchmal auch ein blick in die untergeordneten zeiteinheiten hier sehen wir jetzt sozusagen der markt atmet hier oben ein wenig seitwärts durch so richtig nach oben will er nicht so richtig nach unten will er nicht das ist also eine ein ein ausruhen momentan auf relativ hohem niveau und dann muss man halt einfach sehen wie es weiter geht sie sehen mit welcher starken der markt hier nach oben gelaufen ist jetzt sehen wir die korrektur die seitwärts laufende korrektur das ist auch ein interessantes korrekturmuster was wir hier im stundenschatz an dieser stelle sehen und dann heißt halt was passiert jetzt was passiert hier oben an diesen hochs hat der markt die kraft dort stark oben rüber zu laufen dann haben wir hier natürlich oben den nächsten punkt das haben wir dann entsprechend hier liegen im stundenschatz sehen wir das die marke von 12.863 punkten also das sind die die marken die ich jetzt hier im raum sehe luca ich hoffe ich konnte ihnen da etwas auf ihre frage antworten auch wenn ich das mit dem thema gap jetzt hier in diesem chart an dieser stelle nicht sehe ja an dieser stelle dann sozusagen heute fertig mit den entsprechenden handelsideen ich hoffe die ein oder andere idee können sie für ihr eigenes trading auch nutzen wir hören und sehen uns dann morgen wieder um 8.30 vorher gibt es natürlich den blog eintrag auf tickmel und dann entsprechend wie schon gesagt die live besprechen also allen einen schönen handelstag und wir sehen uns dann und hören uns morgen wieder bis dahin alles gute ihr mike seidel